Luis Oppi, herzlich willkommen hier bei uns am Melitta Bütchen in der Schuko Arena. Wie geht es dir gerade so mit zwei Siegen im Rücken? Sehr gut, fühlt sich sehr gut an im Moment. Zwei Siege, davor auch das Spiel nicht verloren. Also Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut gerade. Merkt man das so ein bisschen in der Kabine, im Training ist dann alles so ein bisschen lockerer? Ja, was heißt lockerer? Also wir sind trotzdem fokussiert, sage ich mal, aber so eine gewisse Lockerheit merkt man schon. Mit zwei Siegen jetzt im Rücken spielt es sich ein bisschen besser als wenn man zweimal verloren hätte. Jetzt wo du schon so drei, vier Monate in Bielefeld bist, gibt es das dann auch mal, dass du schon auf der Straße oder im Supermarkt erkannt wirst und dass man dann auch mal auf so Siege angesprochen wird? Ja, tatsächlich gab es letztens bei mir im Rewe beim Einkaufen einen Mitarbeiter von Rewe, der mich dann angesprochen hatte, ich weiß gar nicht mehr nach welchem Spiel das war. Ich glaube, das war das Spiel gegen Mannheim. Geiles Spiel und super Tor und weiter so. Ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Und ist ganz angenehm, oder? Ja. Sehr gut. Am Anfang der Saison, da bist du ja immer noch so ein bisschen von der Bank gekommen, hast auch mal 90 Minuten draußen gesessen. Jetzt in den letzten drei Spielen, wo wir auch die sieben Punkte geholt haben, hast du immer angefangen, hast komplett durchgespielt. Hast du das Gefühl, du bist jetzt so langsam ein bisschen angekommen hier bei uns? Ja, also Anfangszeit war natürlich erst mal so ein bisschen, muss ich auch reinkommen und mich so ein bisschen finden, sage ich mal. Aber ich denke, dass das jetzt immer besser klappt. Ich bin natürlich noch nicht an meinem Maximum, so. Das, denke ich, ist niemand, weil ich habe. Es gibt immer irgendwas, was man noch oder wo man dran arbeiten könnte. Aber im Moment läuft es auf jeden Fall schon besser. Du hast ja die letzten zwei Jahre in der Regionalliga gespielt, jetzt dritte Liga. Natürlich auch ein bisschen größer hier alles als dann vielleicht bei der zweiten Mannschaft in Hannover. Wie hast du so die dritte Liga bis jetzt wahrgenommen? Hast du dich jetzt auch in der Liga so ein bisschen eingefunden? Ja, also ich denke da, im Endeffekt ist es ja auch nur Fußball, sage ich mal. Ob man jetzt, naja, okay, ist schon ein Unterschied, ob du hier vor ausverkauftem Haus spielst, wie gegen Bochum zum Beispiel, oder vor 500 Zuschauern bei Hannover 2, so. Aber da gewöhnt man sich auf jeden Fall schon schnell dran, würde ich sagen. Und was sind so diese Gewöhnungsschritte? Also woran genau muss man sich dann gewöhnen? Dass man sich so im Spiel besser konzentriert oder das ausblendet oder was genau ist das dann? Nee, das nicht. Ich glaube, dass eher dieses daran gewöhnen, auch mit den ganzen Zuschauern und dass das so ein bisschen von der Intensität und so natürlich auch nochmal ein bisschen anders ist, als man es aus der Regionalliga kennt. Luis, jetzt wollen wir nicht so viel über Vergangenes sprechen, sondern natürlich auch über das, was kommt. Zum Einstieg habe ich drei schnelle Fragen. Ich habe eben ein bisschen bei Instagram bei dir gestalkt. Du folgst sehr vielen Rappern, gerade aus der Berliner Szene natürlich. Wer von denen hat den coolsten Insta-Auftritt? Aus Berlin oder allgemein? Von denen, denen du so folgst. Von denen, denen ich folge, würde ich sagen, Carly Montreezy. Kenne ich jetzt nicht, aber ich glaube, unsere Zuschauer bestimmt. Wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz. Und was ist der coolste Stadtteil in Berlin? Kreuzberg. Da kommst du her wahrscheinlich, ne? Ja. Was hörst du generell so für Musik? Ist Rap so dein Ding, deutschsprachig? Nicht nur. Also es ist so ein Mix aus fast allem, würde ich sagen. Dann gibt's Afrobeats, dann gibt's UK-Rap, US-Rap, Deutsch-Rap. Also alles, was mir gerade gefällt. Und gerade dein absolutes Lieblingslied? Was läuft gerade immer rauf und runter? Von Uber heißt das, von Reezy und Carly. Ist auch schon ein bisschen älter, aber mit so einem Lieblingssong von mir. Als wir dich hier vorgestellt haben, so als Berliner natürlich, klar, erste kulinarische Frage ist, hast du schon Döner in Bielefeld ausprobiert? Bist du mittlerweile schlauer geworden? Ja, habe ich ausprobiert. Ist sehr gut. Ein bisschen, ich hätte den Fehler gemacht, dass ich nur einen Döner genommen habe. So, ich hätte noch was dazunehmen müssen. So, aber hat auf jeden Fall schon überzeugt. Und kann mit Berlin mithalten oder schwierig? Ist auf einem guten Level, sage ich mal. Aber an den Berliner Döner bei mir um die Ecke, da kommt nichts ran bis jetzt. Generell bist du ja jetzt schon vier Monate in Bielefeld. Hast du dich auch in der Stadt eingelebt? Hast du so langsam deine Lieblingsplätze gefunden? Wie läuft's da so? Das Eingewöhnen hier in der Stadt und allgemein ging sehr schnell bei mir. Auch die Stadt an sich finde ich schön. Am liebsten war ich bis jetzt immer in der Altstadt. So in irgendeinem Café irgendwie nach dem Training. Dann trinkst du dann Kaffee oder isst einen Bagel oder frühstückst da nochmal. Also Altstadt war so bis jetzt der Stadtteil, wo ich am häufigsten war, sage ich mal. Und gibt es aus der Mannschaft auch so ein, zwei Jungs, mit denen du dann zusammen losziehst? Ja. Jetzt gab es öfter mal auch so, sage ich mal, weil die Freundinnen sich untereinander dann gut verstehen, dass wir mit Jonas oder mit Schippi oder so, dass man da mal ab und zu mal was gemacht hat. Du hast ja selber auch einen Hund. Ist dann eine Hunderunde auch so der Klassiker, den man dann irgendwie zusammen nochmal verbringt? Bis jetzt nicht, ne. Aber ein paar haben meinen Hund auf jeden Fall schon kennengelernt. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen über Fußball quatschen. Am Samstag kommt Ingolstadt hier zu uns in die Schuko Arena. Bei den letzten drei Heimspielen hast du einmal gegen Saarbrücken eine Vorlage gesammelt, dann gegen Mannheim dein erstes Tor für uns geschossen. Zumindest in einem Pflichtspiel. Gibt einem das dann nochmal so ein kleines Extra für so ein Heimspiel, dass man nochmal ein bisschen mehr Bock hat, weil man jetzt auch gute Erfahrungen hier gesammelt hat? Auf jeden Fall. Also positive Erlebnisse hier in dem Stadion geben einem dann immer nochmal so einen kleinen Kick für das nächste Heimspiel, sage ich mal. Wenn du weißt, was die Fans hier jedes Mal abreißen und was hier auch möglich ist. So was wir gezeigt haben auch, dass man hier, was man hier für Spiele hinlegen kann. Deswegen für ein Heimspiel oder allgemein. Also für jedes Spiel ist man natürlich motiviert, aber für Heimspiele nochmal so ein bisschen extra. Gibt einfach nochmal so einen extra Push. Deine linke Klebe ist ja jetzt befürchtet, glaube ich, nach dem Tor hier gegen Mannheim, nach dieser Rakete. Machst du da was ganz besonders für, dass die so gut sitzt oder ist das einfach mitgegeben? Also was Besonderes würde mir jetzt nicht einfallen. Klar, nach dem Training bleibt man dann nochmal ein bisschen extra und macht ein paar Schüsse, Flanken, Freistöße, sowas halt. Aber ich glaube, so wie in dem Spiel so eine Situation, das kann man nicht trainieren. Also jetzt nicht, dass ich den immer so treffe. Aber in dem Moment so, da ist einfach, siehst du den Ball vor dir, schießt drauf und dann, dass es noch geklappt hat, war geil. Und wie oft hast du es dir nochmal angeschaut seitdem? Oft. Das muss ja auch mal drin sein. Jetzt haben wir Ingolstadt hier. Die sind natürlich ähnlich formstark wie wir es sind. Ihr habt euch sicherlich schon ein bisschen mit dem Gegner beschäftigt. Was erwartet uns da am Samstag? Ich denke auf jeden Fall eine gute Mannschaft. Man sieht ja auch in der Tabelle stehen die ganz gut da. So viel haben wir jetzt noch nicht besprochen. Das kommt jetzt noch morgen auch dann. Aber auf jeden Fall denke ich, dass es eine gute Mannschaft ist. Wird kein einfaches Spiel. Aber wenn wir es schaffen, die positive Stimmung und alles mitzunehmen aus den letzten Spielen und die Leistung und ein gutes Spiel abliefern, dann hoffen wir natürlich alle auf den Sieg hier. Also dann abschließend nochmal, wie sieht dein perfekter Samstag dann aus? Drei Punkte, gutes Essen am Abend und gut schlafen. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass es genau in der Reihenfolge eintrifft. Herzlichen Dank, Luis, für deine Zeit. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.